Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Microsoft Teams Videoserie, wo es sich diesmal um Microsoft Teams Premium und das Premium mit On dreht. Heute haben wir uns als Blog rausgesucht, intelligente Meetings. Und ja, mein Name ist Thorsten Pickern, ich bin Microsoft UC Consultant bei der Firma Glucania GAB und mit mir im Studio ist mein liebenswerter Kollege, der Adrian. Danke Thorsten. Ja, mein Name ist Adrian Ritter und ich bin als Cloud-Architekt mit Schwerpunkt Modern Collaboration unterwegs, ebenfalls bei Glucania. Gut, und dann steigen wir direkt in das Thema ein. Es gibt bereits verschiedene Videos rund um Microsoft Teams Premium, finden Sie bei uns auf dem Kanal. Wir haben schon mal ein Video bereitgestellt rund um eine Übersicht über alle Themen, die das Teams Premium mit sich bringt. Dies ist eben das spezielle Video rund um intelligente Meetings und um Ihnen da auch einen Überblick, um euch auch einen Überblick zu geben, worum es sich dreht. Hier einfach mal die Funktion als Übersicht. Starten wir mit dem interessantesten Thema, was auch, glaube ich, aktuell am heißesten diskutiert wird, intelligente Meeting Recaps, also sprich eine automatische Zusammenfassung, wo wir eigentlich nicht mehr viel machen müssen, sondern eben die AI uns eine Zusammenfassung im besten Falle präsentiert. Und hier an der Stelle wichtig, nicht zu verwechseln mit diesem ganz heißen Eisen Co-Pilot. Das eine hat mit dem anderen eben nichts zu tun. Nichtsdestotrotz arbeitet im Hintergrund für uns die AI und stellt die Funktion zur Verfügung. Genau. Und ja, was ist jetzt dieses Intelligent Meeting Recap oder die intelligente Meeting Zusammenfassung? Kann man es, glaube ich, am ehesten übersetzen? Naja, es sind aufbereitet die Informationen, die, wenn man so will, eigentlich auch schon bisher vorlagen, nur eben automatisch vorbereitet und mithilfe von künstlicher Intelligenz. Und das zeigt sich eben in den einzelnen Teilbereichen von so einer Meeting Zusammenfassung auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wenn wir mal mit dem Meeting selbst anfangen, also dem Inhalt des Meetings, so soll dann das Intelligent Meeting Recap eine eigene Zusammenfassung generieren. Also darüber, worum es denn jetzt in diesem Meeting ging. Das Weitere werden eben Kapitelerstellungen aufgrund der Aufzeichnungen gebaut. Das heißt, wenn wir eben das Meeting Recording gestartet haben und wir haben eine PowerPoint-Präsentation gezeigt, wird anhand der gezeigten Folien versucht, das Video in entsprechende Kapitel aufzuteilen und verschiedene andere Merkmale werden verwendet. Zeigen wir euch auch gleich in einem Screenshot, wie wir dann eben diese Kapitelerstellung nutzen können. Genau, eben nicht nur basiert auf den Kapiteln innerhalb einer PowerPoint-Präsentation, sondern eben noch darüber hinaus. Und ja, ebenfalls basierend auf den Inhalten des Meetings, also dem gesprochenen Wort, werden Aufgaben ja nicht zugewiesen, sondern eben empfohlen. Sodass man halt in dem Meeting Recap sehen kann, wenn die AI erkannt hat, dass jemand vorgeschlagen hat, dass Adrian doch mal bitte folgende Zusammenfassung schreibt, folgendes Video dreht oder sich bei irgendeinem Kunden meldet. Dann taucht das als mögliche Aufgabe in der Zusammenfassung auf. Dann werden noch unsere eigenen Namen hervorgehoben in dem Transkript oder ja, doch in dem Transkript. Das heißt, wir können hier relativ zügig nachgucken, wo denn Themen sind, Aufgaben unter Umständen oder Nennungen, wo wir Informationen nachliefern sollen oder ja, wo es eben um unsere Person ging. Diese Stellen sollten wir dann relativ zügig finden, da diese hervorgehoben werden. Und als schnellerer Einstieg, Stichwort, was soll das bedeuten, sollten wir das Meeting vorzeitig verlassen und kommen dann am nächsten Tag ins Büro, bekommen wir über diesen schnellen Einstieg die Möglichkeit, an der Stelle das Meeting Recording uns anzuschauen, wo wir das Meeting verlassen haben, bekommen das eben vorgeschlagen von Microsoft Teams und können dann dort quasi wieder ansetzen, wo wir am Vortag das Meeting verlassen haben oder wann auch immer das Meeting verlassen haben. Soweit die Übersicht. Gucken wir uns die Funktionen im Einzelnen mal an. Leider haben wir nicht viel an Demo mitbringen können. Es beruht viel auf Screenshots, die wir bei Microsoft auf den Webseiten, auch die ihr auf den Webseiten von Microsoft findet. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Blick auf jeden Fall wert. Liegt einfach daran, dass die Funktionen noch nicht so 100% ausgerollt sind, als dass es aktuell... Und ich hoffe, noch nicht fertig, also noch nicht alles. Schauen wir uns zunächst mal die automatische Zusammenfassung an. Das heißt, die AI generiert im Hintergrund oder im Nachgang zu einem Meeting automatisch die Notizen und Aufgaben. Wir haben also hier eine Möglichkeit zu filtern auf AI Notes. Also auch hier klar das Zeichen, es ist eben AI generiert und bekommen dann zum einen vorgeschlagene Notizen zu diesem Meeting. Aber eben, man sieht es in einem Screenshot unten, auch vorgeschlagene Tasks, die wir dann entsprechend akzeptieren können und sich somit das dann bei uns in dem Aufgabenblock wiederfindet. Wenn wir uns den Bereich oben drüber nochmal ein bisschen anschauen, da sehen wir halt auch Notes und Mentions und Transcript. Da kann man schon so ein bisschen dran erkennen, ja gerade Transcript ist halt eine Funktionalität, die ist ja jetzt nicht neu, aber taucht jetzt eben auch eben in dem Recap wieder auf. Und bei Notes finde ich es ganz interessant, dass wir da mittlerweile eben die Loop-Komponente drin sehen. Also dass halt die Meeting Notes eben durch Loop abgebildet sind und ich da an der Stelle eben mit Loop arbeite und nicht mehr mit irgendeiner Wiki-Implementierung oder OneNote. Ja, wichtig hierbei, damit ihr diese Funktion nutzen könnt, ihr müsst eben die Transkribierung oder das Transkribieren der Aufzeichnung aktiviert haben. Nur so kann die AI eben den Text durchsuchen und diese empfohlenen Aufgaben und Notes entsprechend generieren. Ganz wichtig. Dann gibt es noch einen Punkt, Microsoft nennt es intelligente Suche, oder ich meine zumindest, es ist eine intelligente Suche gefunden zu haben. Das bedeutet zum einen, dass eben die Sprecher bei dem Recording automatisch hervorgehoben werden. Was das bedeutet, zeigen wir euch gleich in dem Screenshot, dass wir Markierungen zur Erwähnung unseres Namens erhalten und eben das, was ich gerade schon sagte, auch eine Markierung gesetzt wird, wenn wir das Meeting verlassen, so dass wir dann schnellstmöglich in das Meeting wieder einsteigen können. Das Spannende ist also an der Stelle, dass mit der intelligenten Suche gemeint ist, dass man ja Ereignisse in einem Video suchen kann, was ja schon an sich eine coole Idee ist. Also gerade wie Erwähnungen oder das Betreten oder Verlassen eines Meetings beziehungsweise auch das Hervorheben der Sprecher ist, glaube ich, aus Accessibility-Sicht, glaube ich, eine ziemlich gute Sache. Definitiv. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ihr habt eben, wenn ihr diese Lizenz habt, das Teamium Premium Add-on, ganz wichtig, dann habt ihr oben eben die Möglichkeit, oder habt einen Tab eingeblendet, Recap im Englischen, Zusammenfassung im Deutschen. Hier bekommt ihr eben auf einer Seite komprimiert dargestellt, zum einen die Dateien, die während des Meetings ausgetauscht worden sind und geteilt worden sind. Ihr bekommt über das Stream-App-In direkt die Aufzeichnung angezeigt und auch hier wieder ergänzt die Information. Das ist eben das, was wir gerade schon sagten. Wenn die Sprecher erkannt werden, könnt ihr euch entsprechend anzeigen lassen, wer wann wie viel gesprochen hat. und könnt an diese Stellen springen und euch das explizit angucken. Es kann anhand von Themen und Topics eine Sprungmarke gefunden werden oder auch anhand von Kapiteln werden. Könnt ihr eben das Video schneller durcharbeiten und euch dadurch schneller ein Bild machen, was in diesem Meeting besprochen wurde. Und ja, das ist irgendwie auch so, glaube ich, der Haupt-Hintergedanke. Also es soll die Effizienz steigern, wenn man Meetings nachholen will. Also das merkt man, finde ich, schon so, dass die Funktionalität durchaus darauf ausgerichtet ist, dass man eben, wenn man ein Meeting nicht ganz in Person daran teilnehmen konnte, dass man es halt leichter hat, die notwendigen Informationen aus dem Meeting nachträglich zu konsumieren am Ende. Im Gegensatz zu Microsoft Co-ProAlet in Teams Meetings, zumindest das, was wir bisher gesehen haben, da geht es ja eher darum, dass wir eben einen Assistenten im Meeting haben, wenn wir an dem Meeting teilnehmen, um dann Fragen zu stellen, was wurde in den letzten zehn Minuten besprochen, was ist der Fokus in diesem Meeting, was ist die Zusammenfassung etc. pp. Das sind eben Sachen, die wir während des Meetings mit Co-ProAlet durchführen können. Und das, was wir hier eben haben, ist dann eher so die Nachfassung und eine intelligente Zusammenfassung, eben der Intelligent Recap. Name passt schon. Name passt schon. So, von daher, das hätte man eigentlich auch ganz gut unter Fazit, glaube ich. Verdammt, wir müssen noch mal neu drehen. Nein, Scherz. Also, als kurze Zusammenfassung, wie gesagt, viel Demo konnten wir euch jetzt an der Stelle leider nicht vorbereiten und präsentieren. Als Zusammenfassung, die AI soll uns an der Stelle eben unterstützen, möglichst schnell eine Zusammenfassung zu dem Meeting zu bekommen, wenn wir eben das Meeting komplett verpasst haben oder während des Meetings raus mussten oder eben auch die Nachbearbeitung des Meetings erleichtern. Ja, Adrian, wir haben in den Tests, die wir versucht haben, festgestellt, dass hier und da einfach noch ein paar Funktionen fehlen. Also, spannende Sache, fehlen halt einfach oder ließen sich zumindest jetzt auch in einem natürlich europäischen Tenant, jetzt vielleicht spielt das auch noch eine Rolle, nicht in dem Umfang testen, wie wir es halt oder vorbereiten, wie wir es halt gerne gezeigt hätten. Von daher ist es jetzt halt gerade schwer zu bewerten beim jetzigen Entwicklungsstand, ob sich jetzt eine Teams Premium Lizenz für Intelligent Meeting Recap tatsächlich lohnt. Ja, von der Beschreibung von dem, was kommen soll, kann das sicher für einen bestimmten Personenkreis, der halt an vielen Meetings teilnehmen muss oder darf, kann das sicherlich eine Effizienzsteigerung sein oder eine Hilfe sein. Aber ich denke, also ich würde damit abwarten, bis ich es halt dann auch tatsächlich mal so richtig testen kann und was auch noch nicht so, mir zumindest noch nicht ganz klar ist, stehen die Funktionen jetzt wie üblich erstmal nur in englischer Sprache zur Verfügung oder funktioniert das Ganze auch schon? Welche Sprachen werden unterstützt? Ja, wenn ich auf Deutsch ein Meeting abhalte, muss man halt gucken. Ja, auch da spielt das dann sicherlich mit rein natürlich, ob das jetzt halt gerade in dem Augenblick schon Sinn macht oder vielleicht erst später. Ja. Und ja, hier auch noch mal ganz kleiner Hinweis in Bezug auf die Lizenzen. Habt ihr eben nicht für alle Endanwender Microsoft Teams Premium Add-on Lizenzen erworben und entsprechend zugewiesen, kann es passieren, dass manche Anwender eben diesen Zusammenfassungstab innerhalb der Meeting-Details sehen. Dadurch, dass sie eben das Teams Premium Add-on zugewiesen bekommen haben und andere wiederum nicht, dann fehlt eben dieser Tab der Zusammenfassung. Natürlich können diese Teilnehmer nach wie vor, so wie jetzt auch schon, sich die Aufzeichnung anschauen im Nachgang, so wie es jetzt auch möglich ist oder Dateien sich anschauen, aber sie haben eben nicht die Möglichkeit oder den Zugriff auf diese automatische intelligente Meeting-Zusammenfassung. Und ja, ich würde sagen, spätestens wenn wir das erste Mal Hands-on richtig hatten und Intelligent Meeting Recaps ausprobieren konnten, werden wir noch mal ein neues Video, ein aktualisiertes Video präsentieren und dann auch das Ganze entsprechend um Demos ergänzen. Und in dem Sinne sage ich, sagen wir, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Schaut euch gerne auch die anderen Videos rund um Microsoft Teams und Microsoft Teams Premium, Microsoft Security, Identity und alles, was dazu gehört, an. Findet ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.